Kennst du das? Du hast etwas bestellt und freust dich mega fest darauf, dein Päckchen in den Kuss zu packen. Wenn du nachhinkommst, findest du aber nur so eine Abholungsinladung im Briefkasten. Komm, ich zeige dir, wie du garantiert nie mehr eine Sendung von dir verpassen wirst, und sie kannst abholen, wenn es dir passt. Zuerst logst du dich auf post.ch ein. Wenn du noch keine Login auf post.ch hast, musst du dich zuerst registrieren und deine Adresse der Post bestätigen. In den Versand- und Empfangsdiensten aktivierst PickPost und MyPost24. Dann gibst du noch an, wie du benachrichtigt werden willst. Fertig! Schon noch easy, oder? Damit all deine Sendungen an MyPost24 geliefert werden, musst du sie entsprechend adressieren. Hier findest du deine User-ID. In der Standortsuche findest du für alle MyPost24 Automaten die genaue Angaben zu adressieren weg. Das gibst du nachher mit deiner User-ID als Adresse für all deine Bestellungen an, wo du auch deine ausgewählten MyPost24 Automaten geliefert bekommen willst. Super! Eine Bestellung ist gerade an meinem MyPost24 Automatenmarkt. Meiner Gartenparty morgen steht nichts im Weg. Willst du wissen, was ich bestellt habe? Komm mit, wir holen sie gleich ab. Jetzt noch kurz die Kuhn kaufen. Und die Zwergenfamilie ist komplett. Perfekt! Wenn auch du deine Päckchen, wenn es für dich passt, willst du holen, dann melde dich bei MyPost24 an. Übrigens, du kannst auch Retouren dort aufgeben. Und wir zwei gehen jetzt heim.